Ich bin Erasmus-Studentin. Ich komme aus Barcelona. Wie machst du das? Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Muss man etwas abgeben? Sie sind doch sicher intelligent genug, um das selber rauszufinden. Ich bin nicht in der Uni, ich bin nicht in der Hause. Was machst du da, wenn du so schlecht bist? Das ist Julia aus Barcelona, die Freundin von mir. Sie studiert Architektur. Du bist bei deinen Eltern? Ja. Ah! Ah! Nächstes Mal, dass wir dich einfach deportieren. Ich bin hier zwei putze Monate am Play-Berb. Sie sprechen mit einer putz-Pantalle. Du bist da. Können wir kurz reden? Ich habe jetzt für dich überwiesen worden. Du hast es vergessen. Ich spiel nicht mit mir! Ich spiel nicht mit dir! Doch! Nein! Doch! Berlin ist hässlich für die Nacht. Ich finde es charmant. Komm, du hast es nie mehr gesagt. Wir sind alle, wir sind absoluter, wir sind absoluter, wir sind ...